Hallo, ich bin der Dan und ich spiele im Raphomet-Zohn Friedl Fiesel einen grobschlechtigen Krieger, einem grobschlechtigen Mann, ich bin mit 15 oder 16 Jahren, so genau weiß ich das nicht, aus meinem Heimatdorf geflohen, weil, naja, ich bin mit meinem Bruder in eine Scheune gegangen und die Scheune ist abgebrannt und dabei ist der Bruder gestorben und die Gerüchte, dass ich damit zu tun habe, die ließen mich nicht mehr los. Und da die Armeen durch Europa zogen, der 30-jährige Krieg, ihr wisst schon, habe ich mich einen dieser Schlachtzüge angeschlossen. Erst als einfacher Küchenhelfer, später dann auch als Söldner, aber die Leidenschaft zum Kochen hat mich nicht mehr losgelassen. Warum ich jetzt mit den vier anderen Leuten nicht mehr bei der Armee bin, darum ranken sich große Geheimnisse. Die könnt ihr vielleicht erfahren im Let's Play der Heilige von Bruckstadt. Nein! Baphomet-Zohn, das neue Abenteuer von Geyser Press, auf meinem YouTube-Kanal. Baphomet-Zohn, das neue Abenteuer von Geyser Press, auf meinem YouTube-Kanal.